Der letzte Raum im Turm des Lichts, Freunde, auf der Suche nach dem Triforce. Schön, dass ihr wieder dabei seid, genau richtig, wie ich finde, weil... Ja, heute auf jeden Fall, heute wird's klappen, man. Es ist nur noch dieser eine verkackte Raum. Was sollte mich daran hindern, das Triforce zu finden? Vor allem mit Hilfe dieses Zeitsteins. So, das Wappen ist irgendwo dahin. Ich muss wohl einfach irgendwie die Tür da aufkriegen, damit er hat ihn ran. Okay, aber so ein scheiß Roboter da. Da ist überall irgendwas. Okay, wartet mal, ich nehm das Ding einfach mal mit. Komm mal mit hier, mein Kumpel. Zack! So, ja. Oh! Natürlich! Erstmal. So, hi, Kumpel. Hä? So, für den Fall, wenn die Tür offen ist, dann muss ich wohl hier so rüber. Da unten steht jetzt ein Goblin-Kumpel. Aha, aha. Geh ich erstmal... Ach, wie geil, dass der Boden ganz normal wird, wenn ich so eine Kugel hier habe, dann kann ich hier überall rumrennen. Das ist schön. Aber diesen Roboter will ich da nicht aktivieren, der ist scheiße. Ich kill erstmal... Ach ja. Ich kill erstmal die Goblins. Einen bitte. So, komm her. Oh, tschüss, oh, tschüss. So, der ist tot, Mann. Der ist ja wirklich tot. Jupp, der ist tot. Ja, ja, du Elektro-Junkie, komm her. Ja, tschüss. Oh, tschüss. Spiel alle mal aus den Zeitkegeln falsch. Und tot. So, was dann mache ich jetzt? Ach, du Scheiße. Ach so. Okay, ich weiß ja, dass das Ding zu schnell ist. So kann ich durchschießen. Aber... Okay, wartet. Was sind denn hier alle für Dinger? Wartet mal, vielleicht geht das hier hoch, wenn ich... Ich probiere es einfach mal. Aber dahinter ist ja auch nisch, ne? Was ist denn bitte? Da ist ja gar nichts hinter. Ähm... Was ist das da? Erstmal alles angucken hier. Was ist hier? Was? Und wer ist hier wo? Gittertür. Was ist das denn hier für ein Scheiß? Hallo, geh auf. Nee. Vielleicht soll ich doch erst mal den Roboter töten. Vielleicht passiert dann irgendwas. So, Roboter-Stinky. Ja, 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 ja. Schieß mal ab hier. Bam, erster Treffer. Los, nochmal. Wenn ich denn eine kleine Scheiß... Och, Mann, ey. Du willst einfach schießen. So, so, jetzt schieß. Schieß, kommt ja nicht. Och, wie bescheuert, ey. So, und... So, der ist da. Der Kristall. Nein, Geld. So, na toll. Also, was soll das? Warte mal, was ist denn, wenn ich... Was ist denn, wenn da... Warum seht ihr so eine Dinger zum Raufklettern? Was ist denn zum Beispiel, wenn ich das Ding hier erstmal hinlege? Wo komme ich denn da hin? Und dann kann ich da... Oh, ganz vergessen. So. Ja, okay. So, ich jetzt... Kann ich da irgendwie durchschießen? Ist da irgendwas? Da ist ja gar nichts. Da ist Sonne. Warum ist da Sonne? Was will die Sonne, verdammt nochmal? Okay, das ist ja jetzt hier rätselhaft, ey. Was soll ich hier machen? Da ist nix. Oder vielleicht ist ja doch was. Guck mal nochmal. Wurde war gerade eine Pflanze. Habe ich gehört. Ja, und was erscheint da immer? Nein, hinter der Wand bestimmt. Hier ist doch gar nix. Was soll ich denn da? Da meint nischt. Hier ist aber auch nix weiter. Hier sind überall keine Schalter. Das ist doof. Leute, warte, das bleibt ganz cool. Bleibt einfach cremig, ne? So wie ich immer. Wenn das Ding da drauf fliegt, bringt das ja nix. Hat das Licht irgendwas zu bedeuten? Die ganze Scheiße hier. So, hier bringt mir absolut nothing. Ne? Auf die anderen Dinger kann ich auch nicht rauf. Ich muss die Tür aufkriegen. Bestimmt muss ich, um die Tür aufzukriegen, die Tür da aufkriegen. Oder irgendwie andersrum. Scheiße, was mache ich? Äh, wenn ich mal wüsste, was... Warte mal. Kann ich das Ding irgendwie mit dem Käfer holen? Das wäre geil. Ich probiere mal schnell aus. Naja, so nicht. Na, viel zu nah dran gestanden. Mann, 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 Mann. So. Ne, mit dem Käfer kann ich das Ding auch nicht holen. Das ist jetzt wirklich sehr schlecht. Ist da hinten überhaupt irgendwie was? Warte mal, ich guck mal da genauer rein. Ich leg das Ding mal hier hin. Ja? Und geh mal da ganz nach oben. Ja, das schaffe ich. Ach, aber nicht so. Warte mal. Dann guck ich mal von da oben, ob da irgendwas... Weil so sehe ich nichts. Ach, warte, ich guck einfach mit dem Käfer. Käfer! Da ist wirklich was. So, also... So, wenn Nidde springt, dann muss ich da... Das ist ja mit Pfeilen. Ja, muss ich halt... Schnell, ey, du bist der coolste... Ja, er ist der geilste. Der ist einfach nur geil. So, dann werden wir gleich mal darüber ballern. Einfach so, weil wir cool sind. So. Irgendwas wird dann passieren. So, ja, jetzt sehe ich alles. Und... Volltreffer. Ah, okay. Wunderbar. Ist ja schon mal cool. Huppa! Ja, das war gut. So, alles klar. Komm, Kristalli. Sei mein Freund. Gehen wir gemeinsam hier durch. Ja, müssen wir auch. Uah! Na ja, komm mal hier. Nein, nein, nein. Tschüss. Oh, tschüss. Ah, diese Typen, ey. Die lernen es einfach nicht. Wow. Ja, was ist denn hier für einer? Oh, einfach zu... Ach, da will man ein Kristall essen. Ich kann es aber voll stecken lassen. Hier, da essen die echt alle. Was ist denn da? Aber hier. Ach, guck mal. Ach so. Okay, gut. Dann leg den... Ja, ja, ja. Pass auf. Ich leg den Kristall erstmal einfach hier hin, ne? So. Gut. Dann dürfte das Ding sich jetzt... ...nicht mehr so schnell drehen. Ah, verdammt liegt der noch zu nah dran, oder wie? Dann leg den halt hier hin. Oder ist der immer noch zu nah dran? Ach, scheiße. Ähm. Wie kann ich denn den jetzt weg haben? Der darf nicht... So. Leg ihn einfach mal hier hin. Und hat's geklappt? Jawoll. Super. Okay. Ähm. 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 Du. Swit. Und... Tja. Volltreffer. Gut. Tja, das war's. Leute, das wär's dann gewesen. Hoffe ich mal. Eigentlich ist jetzt der Weg frei zu dem Triforce. Ja, ja, ja. Dann darf ich mir was wünschen. Wünsch, wünsch. Wie war anders? Greifhaken den Kran kommen, wissen wir ja auch. Anni, weil wir muss die Nase kratzen. Und er zückt gleich sein Schild. Ach, so ein Depp. Nein, ich brauch den Kristall sogar. Weil der muss ja... Warte mal. Wenn ich ihn hier hinlege, geht der die Tür auf? Nee. Scheiße. Kann ich mir den mit den Greifhaken holen? Mit dem Käfer? Jedenfalls nicht. Ja, ich probier's mal. Tja. So, jetzt brauch ich nur noch den Kristall. Komm mal her. Scheiße. Hey, klappt nicht. Kann ich den da rüberwerfen? Was meint ihr, ob das klappt? Ob ich den da rüberwerfen kann? Ich weiß nicht, Leute. Ich weiß nicht. Ich muss es wohl probieren. Einfach mit einem gezielten Schmackeswurf darüber. Bashen, Link hat er so ne Muckis, ne? Äh, ist egal. Ja, schön. Ja, und dann war's ja der letzte Raum. Dann scheint nichts mehr so was wie ein Boss zu kommen. Das freut mich natürlich. Dumm, 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 dumm. Scheiße. Okay, wartet mal. Legen wir ihn einfach mal hier unten hin. So, ich hab's gehört. Noch ein bisschen, zur Sicherheit, einfach mal hier hin. Ich hab grad was gehört, sowas wie... Also ist der Zaun da wohl weg. Ja, klar ist der weg. Gut, Leute, macht euch bereit. Ich bin's auch. Ich bin ganz nervös und hab Angst. Was jetzt passiert. Ob jetzt gleich Gira him oder dieser Typ da an die Rand kommt und mir Triforce gleich klaut oder... Wir können uns ja einen Wunsch erfüllen. Schön, dass Nintendo auch ihren alten Dingern treu geblieben ist, weil das war ja bisher immer so. Triforce erfüllt Wünsche, Leute. Und macht dabei keinen Unterschied zwischen Gut und Böse. Das ist ja das Schlimme. So, okay, ausrichten und... Zack! Ja, geil. Der letzte... Der letzte leuchtende Raum. Ich muss mir nochmal angucken. Ey, wie geil. Wie geil. Ich kann's nicht glauben. Wir haben das Triforce komplett. Guckt euch an, Leute. Zwei Teile haben wir. Oh mein Gott. Jawoll! Du hast das Triforce sehr weise unterhalten. Diese Macht wurde eins den Menschen von den Göttinnen übertragen. Und sie steht genau das gleiche, wie bei den anderen zwei Teilen. Ist das nicht toll? So. Außer jetzt. Das Triforce ist vollständig. Mit seiner Macht kannst du Zerdas bitte nachkommen und dem Todbringer vernichten. Yeah, wir haben die ultimative Geheimwaffe gegen Suis Metagross. Äh, wann jetzt? Kommt auch noch ein Boss. Ich hab keine Waffen, ne? Bitte keinen Boss. Oh, Sousou! Einfach weg. So, was passiert jetzt, Leute? Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Jetzt hab ich nochmal die Möglichkeit, mich aufzurüsten, bevor der Kampf losgeht, oder? Geht er sofort los? Der Endkampf, oder? Ne. Okay. Was nun, liebe Leute? Was nun? Oh, wieder mal da oben. Wo wir am Anfang des Spiels auch waren. Geil. Die Feenmucke! Das Triforce! Jawohl! Oh, die sehen so geil aus, oder? Es sind bloß drei lumpige Dreiecker. Die sehen so geil aus. Swoo! Five, was los? Gebieter, ich bete für dich. Das letzte Ziel unserer Reise. Wir müssen den Todbringer nun besiegen. War echt? Alter, ich hab aber keinen... Ich habe keinen Boden-Pokémon oder Kampf-Pokémon. Das wird schlecht. Hä? Wie mach ich das jetzt? Den Todbringer platt machen. Okay, übertrag uns mal wieder Kraft, oder sowas. Wo? Link hat sich jetzt was ihr wünscht, anscheinend. Okay. Alter, Scheiße! Wartet jetzt schon wieder! Wir sind abgestürzt. Ganz toll. Das wird nicht gut ausgehen. Wollen wir auf einmal die Schwerkraft versagen? Was ist denn los, ihr Mann? Boah, das Triforce, ey. Oh, na klar, er kommt erstmal rausgebrochen. Wollen wir denn jetzt? Oh, hey, das sieht echt aus, als ob das genau da reinpasst, wa? Und Storm! Alter! Ist ja geil, das stand vorher da. Richtig cool. Er versucht trotzdem rauszukommen, oder? Oh nein, oh nein. Oh. Oh. Puh. Alter, jetzt ist der Todbringer aber richtig platt. Oh. Ja. Hä? Hä? Oh. Pfeil? War das cool? Hm? Oh, die Sonne. Sonne ist immer was Schönes. Oh, guckt euch dieses Gebiet an. Es ist jetzt so wunderschön. Und... Und alles ist cool. Und okay, Bartos Katapult ist wohl im Arsch, aber... Das macht nichts. Wir werden es nie wieder brauchen. Ja. Es ist alles so... So friedlich. Und alles ist so... Und alles ist so... Arsch auf Eimer. Gleichzeitig kann ich die Vernichtung des Todbringers bestätigen. Dein Wunsch an das Trifos wurde erhört, Gebieter. Das habe ich mir gar nicht gewünscht, aber egal. Ich vermute, dass Zelda erwachen wird, nun da das Siegel, das sie durch ihren Schlaf gestärkt hat, seinen Zweck erfüllt hat. Gebieter, ich empfehle mit Nachdruck, dass du den Lied schnellstmöglichst in den Tempel aufmachst. Alles klar, Mann. Ist sehr cool. Leute, 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 von heute, wir sind sehr so cool. Bin gespannt, was Bardo sagt. Und Zelda. Und Impa. Sowohl die Junge als auch die Alte. Hallo Leute, alles cool? Boah, voll angestrengt. Ah, da seid ihr ja wieder. Wie geht's euch, Mann? Cool gemacht. Cool gemacht. Na los, Link. Lächel. Ja, genau. Ich hab's geschafft, Leute. War das nicht cool, Mann? Jetzt geht's ab zu Zelda in die Vergangenheit. Ja. Obwohl in der Gegenwart sie wohl gealtert ist. Boah, die Tür ist auf. Moment mal, in der Gegenwart müsste die jetzt nicht voll alt sein? Ungefähr so wie Impa? Nein, wir werden sehen, was passiert. Vielleicht war dieser Kristall ja der ultimative Alterungsschutz. Ah, anscheinend schon. Los, Zelda. Erwache aus deinem Harzkristall. Lass uns einfach wieder zurück nach Hause gehen und die Schulbank drücken. Knacks. 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 Prinzessin Zelda. Äh, nur Zelda. Du bist ja noch gar keine Prinzessin. Knacks. 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 Nein, warum mach ich jetzt die Stimmung kaputt? Ist doch schön. Äh, äh, äh. Wow, wow. Uff. Naja, Zelda, das war schon extrem anstrengend, die ganze Zeit da rumzustehen. Was wir gemacht haben, war ein Knacks dagegen. Du, du hast dein Versprechen gehalten, Marcel. Mach ich immer, wie Naruto. Oh, jetzt halten sie Händchen und freuen sich voll. Alles ist cool. Guck mal, Bardo, da ist Zelda wieder. Cool, Mann. Lass dich an. Nee, lieber nicht. Du haust mich ja nur wieder. Oh, freut er sich. Man muss vor Freude weinen. Bardo, Mensch, ist alles cool, Mann. Man, stimmt's ja da? Oh, auf jeden Fall. Ja, haha, ist das lustig. Haha. Du, hm. Nicht in die Toilette stecken, bitte. Nicht schon wieder. Du bist cool, Mann. Oh, ah. Was ist los, Mann? Er hat Hände so groß wie ein Raddampfer. Los, komm, alte Schachtel, wir machen Party. Wenn wir stehen. Na klar, vor eurem Abend. Party, Mann. Oh, Mann, guckt ja Bardo an, ey. Der steht wohl auf Ältere. Jeder, wie er es braucht. Hm? 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 Aber dann wäre es hier der Gildfant. Hä? Oh, shit! Was war das? Äh. Oh, nein. Was willst du denn, Mann? Du törichter Nah. Die wiedergeborene Göttin gehört mir. Ja. Ey, du hast ja schon zwei schwarze Arme und dein Gesicht sieht auch nicht so cool aus. Was ist mit dir los, Mann? Alter! Du perverset Schwein. Du magst den Dämonenkönig jetzt besiegt haben, aber ich werde mit der Kleinen in die Vergangenheit reisen und ihn zurückbringen. Nee. Du hast meine Pläne zum letzten Mal gestört. Oh, was? Oh, was? Oh, du Schein! Ich mach dich fertig, Mann. Oh, wie er guckt, ey. Oh, es wäre äußerst unschön, wenn du mich wieder mit deiner Anwesenheit belästigen würdest. Ich habe weder die Zeit noch die Geduld, mich weiter mit dir herumzuschlagen. Zuzu! Man, das ist so unfair. Warum können die ganzen bösen Typen das immer? Sich einfach wegporten. Oh! Alter, Laspado und die Oma in Ruhe, Mann. Die haben nun gar nichts damit zu tun. Oh, was ist los? Was hat er denn? Soll ich ihm helfen? Er beschützt erst mal voll die Oma. Aber jetzt kommt er noch nicht die Oma, ey. Ach, du Scheiße. Geh mir aus dem Weg. Du. Du verletzt meinen Sinn für Ästhetik. Wieso? Oh! Ey, du verdammtes Arschloch, ey. Er haut jetzt echt in die Vergangenheit ab. Ich fasse es nicht. Er lacht immer so dreckig. Ich zerfette ihn irgendwann. Ja, hier kann ich nichts mehr für den Dämonenkönig tun. Ihn nicht mehr befreien. Diese Zeit interessiert mich nicht mehr. Du bist doch... Was willst du mit Zelda, Mann? Aber in der Vergangenheit kann ich ihn mit der göttlichen Kraft der Kleinen hier zurückbringen. Ach so. Scheiße. Ey, du Strumpfhosen-tragender Typ, ey. Nein, hier trägt Link keine Strumpfhosen, sondern coole Nickerbocker. Ach nee, sind ja Schuhe. Ja, auf jeden Fall speichern. Leute, wie krass. Wir haben den Part sogar ein bisschen überzogen, aber diese Cutscine musste einfach sein. Leute, ich würde sagen... Ach du Scheiße, Leute. Im nächsten Part gehen wir da auf jeden Fall hinterher. Schlimmes, Leute? Auf jeden Fall. Gut, ich quatsche nochmal schnell mit dir in den nächsten Part. Der Baum ist auch cool. Unser Wunsch ist ein bisschen daneben gegangen. Wir hatten das nicht ganz bedacht. Ich speichere nochmal zur Sicherheit. Ich freue mich in den nächsten Part. Final Showdown. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht, aber ich will es auf jeden Fall wissen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.